Musik Was für ein Tanz zur Begrüßung Vergisst nicht Freunde Daumen nach oben und man wird euch loben So So Öffnen wir mal gleich direkt Aber was war denn das für Oh, Santi Casola Hä, was war denn das jetzt für Leute, ich habe keine Division Rivals Rewards bekommen, oder? Du mir gefallen, jetzt hör auf zu lügen Da öffnen wir gleich nochmal auf schnell Vielleicht ist da noch was stabileres drinnen Mina, egal Leute, SBC Futter Geht eigentlich fit, für das Sie sich die Weekend League so verkackt haben Da wird der Pato schon wieder verlinkt In die Instagram Story Ihr seid zu wild Nach der Weekend League keine Rewards Ah, keine Dings mehr gespielt Aha Leute, guckt mal, wem ich da rausgeklatscht hab Das geht übelst klar Oh, Leute Alter, das Pack Oh, das Pack ist richtig stark Das war cranky crank, das Pack sogar Wie krank sieht diese Karte aus Aber die Kubo-Karte sieht übelst stabil aus, Leute Übelst stabil Also, oh, Brinna hat mein Bild gelacht Uff, Maschallah Brinna ist aber eine süße Maus Ich schwöre es, ich war vor einer Woche beim Friseur, Alter Jetzt darf ich morgen schon wieder zum Friseur Meine Haare sind keine Ahnung, wie die wachsen Ich glaube, dass ich irgendwie so Unkrauthaare hab Die wachsen da Ich schau aus wie eine kleine Palme, Alter Die zwei Wochen nicht gewedelt hat, ey Wann machst du zwölf Daumen nach oben? Nö Diese Melissa Die Melissa ist anders Die hat mich verändert, Leute Die hat mich zu einem anderen Menschen gemacht Mach ich gleich nochmal einen Entzug Boah Warte, der ist nicht komplett reingegangen Boah Ja, das finde ich nicht gut, Alter Ich schwöre, mindestens einen von euch werde ich einen guten Spieler ziehen Waller Waller, ich schwöre Oh, der kommt Wart aus I can't HASSER Leute, das sind sogar meine Tricks HASSER Welt von Deutschland. Aber Hauptsache bei zwei Österreichern funktioniert das nicht, die um die Ecke wohnen, um die Ecke 300 Kilometer. Und dieser Account ist nur irgendein Account. Oh oh. Oh oh Leute, der Neox hat mir das gegeben. Oh, was hast du für ein geiles Team. Alter. Wow. Da bin ich jetzt gespannt. Aber kaputt. Wir haben einfach ein Pokémon gezogen, Leute. Oh. Gehen wir auf Rating oder willst du einen Eihahn haben? Willst du einen Eihahn? Da wird jetzt etwas kommen, Leute. Kommt! Ein Wort out! Endlich! Ich hab's gedacht, ich bin gelöst. Ein Wort out. Oh mein Gott! Ich hab gesagt, ich bringe euch Pöcklack, Leute! Sancho! Oh mein! Mein Gott! Ich hab gesagt, Hato bringt Pöcklack, Leute. Huch! Sehr, sehr geil. Das Pöck ist überstabil. Sancho, Alejandro Gomes. Jeder Militaro kostet auch noch 50.000 Coins. Ja. Ja. Ich meinte ja 2700. Komm, da kommt jetzt ein Future Star. Kommt jetzt noch ein Workout Neox. Pöcklack, Schlamz, Schlamz, Hummels, 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 Hummels. Felix ist auch noch ein Workout, der kommt auch noch ein Workout dreimal hintereinander. Modric. Natürlich nicht Modric, aber Neox. Pato ist ein Pöcklack, Schlingel. Immobile. Oh mein Gott, Lukaku! 88 Rating. Lukaku geht fit, Leute. Also von der Rating her. Das ist einer der Besten, den man ziehen kann. Und jetzt noch Immobile. Aber der Tanti! Alter! 88 und 86 Rating. Maschallah, Habibu. Oh. Bruder. Mach nicht. Oh, vor Gott! Der ist für Chipper. Piqué. 88. 88. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sehr, sehr geil. Hab sogar abonniert, geliked und Glocke an Demian. An dir sollte man sich wirklich. Du bist das Paradebeispiel für Liebe. Nein, das sind 100 K-Pack. Ich hab's einfach ohne Emotionen geöffnet, Leute. Ich hab's ohne Emotionen geöffnet. Haha, okay, ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum, Leute. Zu wild. Oh, Lukas Maurer, Leute. Hahaha. Der gute, alte Lukas Maurer. Hahaha, geil. Ey, ein 81 Plus-Pack. Also deine Player... Oh, 3x84. Ah, 2x84. Ah, mit schweren Herzen tue ich das jetzt. Aua. 85er Bewertung wird jetzt abgestoßen, Leute. Jetzt hab ich Angst, Leute. Jetzt wird Safe Player kommen, ne? Ey, ich hab jetzt zu krass Angst. Wieder zu krass Angst. Hau, du zieht Haaland, Leute. Das ist mir geil, was du jetzt abgegeben hast. Haaland, Alter. Ich nehm einfach für dich Haaland. Wenn du jetzt sagst, Lurie, niemals würde ich Lurie nehmen. Ey, da freut mich ja extrem, Haaland. Da muss bitte ein Walkout drinnen sein. Bitte. Ein Walkout. Bitte, bitte, bitte. Komm. Okay, Walkout. Aber leider kein Futurestar. Eriksen. Interversion. Oder Peter Schmeichel. I can. Das ist noch die Tottenham-Version. Wer ist das? Was? Was ist das? Toti? Gott. Ich dachte, ein Futurestar. Toti sagt ja, bist du krank? Ja, Hashem. Da ist mein Nasenspray. Der kommt. Walkout, Leute. Vertongen. Alter, Wereld. Krass. Der kommt. Ein Walkout. Brasilien? Fimino. Fimino in Form. Aber der ist untradable. Aber egal vom Rhythm her, Leute. Heute haben wir schon Sancho und, ähm, Fimino gezogen. Der ist Cranky Crank. 330k hätte der gekostet. Der hat einfach Ronaldo in Rot. Schaffen wir noch sieben Daumen nach oben? Ein Walkout. In Form Walkout. Wieder Jaden Sancho, Leute. Zwei Mal ziehe ich heute Jaden Sancho für jemanden. Alter, das zweite Mal, dass ich heute Jaden Sancho für jemanden ziehe. Oha, danke, Parto. Gerne nur. Stürmer? Kane. Okay. Kane, Kane, Kane. Leute, schaut euch diesen Verein an. Krank. Das Team ist so schlecht, Leute. Oh Gott. Wer ist denn eigentlich der beste Player Pick, Leute? Wer ist der beste Player Pick? Luri. Rating. Geht fit, oder? Das sind meine ersten Elite 1 Rewards. Ah. Ich glaube, du willst auch das Rating haben, oder? Und kommt, das letzte. Kassola. Tellesch. Tellesch. Tellesch ist da. Ich lasse Minamino öffnen. Für einen Lask-Fan ist das immer gut, wenn ein Red Bull Salzburg-Spieler öffnet. Walkouts. Yes. Frankreich. Treatable Lurie. Leute, also in Formkarten kann ich ziehen, Leute. In Formkarten kann ich ziehen. Zweimal Sancho, einmal Bobby und Lurie. Den Lurries habe ich da rausgepackt. Yes. Let's go. Schmeckt. Lassen wir einmal Melissa öffnen. Mein Nasenspray Melissa. Komm. Yalla, yalla, yalla. Firmino. Firmino. Komm. Ist das jetzt ein Walkout, oder was ist das, Leute? Ah, ja. Idrisi. Ah, schwieriger Hase, Leute. Oh, no. Ich glaube, das ist alles Abstoß, ne? Bitte, Bobby. Nein, ich hätte Chigi öffnen lassen sollen. Ich hätte Chigi öffnen lassen. Es wird nicht, Bobby. Ist das jetzt ein Walkout? Okay, also die Elite-Packs sind an der Scheiße. Handicap Gaming, du Zipfelklatscher, was geht's? Das war krank. Aber die roten Player-Picks gingen klar, ne? Ich bin sowohl, oder dass hier healed die alltid nenenyt. Ich frage mich. Das war krank. Ich bin%. Ich bin sowohl. Ich brauche uns, Standard erleden.